hallo fischerfreunde heute ist echt ein geiler tag im april irgendwo in deutschland und ich darf hier noch mal vielen dank für den besitzer dass ich hier verweilen darf und auch sogar angeln darf werde ich heute mal auf karpfen gehen schöner karpfen alles gut dann fangen wir einfach mal an heute gehen wir mit mais auf die karpfen los ja und wenn man dann genügend fische gefangen hat dann kann man die natürlich auch gleich grillen feuer brennt schon hier haben wir einen bis da haben wir wieder einen schönen karpfen spiegelkarpfen aber lassen wir wieder schwimmen so schon wahnsinn ich habe immer gedacht da sind rotaugen drin federn karpfen aber da sind auch alle drin und gar keine kleinen guckt mal wahnsinn der ist bestimmt 80 zentimeter coole sache wach dass man wieder schwimmen leute fetter karpfen schuppenkarpfen na das ist ein oschi lassen wir wieder schwimmen da geht er hin also da oben im baum hocken kormoran kranich graureiher und der hockt da schon zwei stunden der wartet bestimmt bis jetzt gehen da oben im baum hockt da ob man das erkennt ich glaube nicht ich wackele auch zu arg gerade nur die kamera einschalten können der zirkt mal gucken was das ist denn bestimmten schuppenkarpfen ja ich werde größer großer spiegelkarpfen messen ja dann komm mal her du fischi hihui auch schüff 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 Der will noch nicht. Boah, fettes Geweil. Mit komm, Burschi. Der riecht schon den Kescher. Der riecht schon den Bursch. Der riecht schon den Bursch. Der riecht schon den Bursch. Na komm. Schweres Gerät. Der riecht schon den Bursch. 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 Oh, das ist das Gerät. Wow, mal messen. 54 cm aber lassen wir wieder schwimmen schaffe ich gar nicht allein und tschüss er hat zogen beim Arschlakee da hinten habe ich ihn gefangen ne vom Mönch mit Mais perfekt und wieder ein Biss gleich der nächste Wurf nach dem 54 cm Karpfen nächster Wurf gleich wieder ein Karpfenbissen der ist sogar gesprungen nachdem wir angekauen haben wow ist gerade Beißzeit halb fünfe da kommt er sieht nach Spiegelkarpfen aus aber nein Schuppenkarpfen war Spiegelkarpfen Schuppenkarpfentreffen war nämlich die gleiche Stelle auch da hinten am Mönch auch auf Mais schönes Tier morgen noch nicht der will noch spielen jetzt ist dann rum guck mal zu Pavi jetzt fällt ihm nicht der Käfer Ja, wir können auch noch ein bisschen spielen. Dein Maas hätte ich gern, den du hast. Ja, das ist schön. Cool. Auch schwer. Da ist er, der Gude. Mal messen. 51 cm. Der vorher war mehr. War 54. Aber mit dem Hut passt schon. 15 cm. Jawohl! 20 cm. 1 cm. 30 cm. Schluchzen. Lasselung! 1 cm. 5 cm. noch einmal posen und dann lassen wir ihn wieder zurück. hoffentlich klatscht du mich jetzt nicht. Die Sonne her, die Tage werden länger, die Nächte auch wärmer. Die dicke Jacke, endlich weggepackt. Endlich wieder Party, es muss tief in die Nacht. Schmeckt echt hammer, das Thailändische. Nur wenn wir so gute Fischer sehen, schmeckt dieser Fisch so gut. Und weiter essen. Das war's. Das war's.